Weiter geht's, liebe Biberfreunde bei Timberborn und in der heutigen Folge wollen wir uns weiter um unser Faulwasserproblem kümmern. Ja, ich habe mir dazu nochmal lange Gedanken gemacht. Ihr habt auch viele Kommentare dazu geschrieben. Vielen Dank dazu nochmal. Und das ist übrigens der Happy Buster und da müssen wir uns auch gleich nochmal kümmern um seine Arbeit. Und, verzeiht, ich habe lange darüber nachgedacht und ich würde tatsächlich hier vorne noch eine Faulwassersperre installieren, hier in diesem Bereich. Und dazu müssen wir noch ein paar Kleinigkeiten erledigen. Einmal würde ich hier gerne vier hinsetzen, beziehungsweise wir können sogar ein fünftes hinsetzen, damit wir hier einfach genügend haben. Ein Deich, zwei Deiche, fertig. Ja, das ist der erste Schritt. Dann brauchen wir ein paar Treppen. Ich habe übrigens auch weitere Treppen installiert. Modliste mit den Mods findet ihr wie immer in der Videobeschreibung, beziehungsweise die Namen. Dann gehen wir einmal da hin, dass wir hier runterkommen an diese Konstruktion. Und dann, damit wir langfristig auch genügend Holz haben, würde ich gerne einmal die Ecke hier vorne ein wenig umbauen und auch hier rauf gehen. Denn auch hier oben gibt es noch ein bisschen Holz, was wir nutzen können. Und das würde ich sogar in der Prioritätenliste auf sehr hoch setzen, dass wir einmal die Sachen zuerst hinkriegen. Und dann setzen wir uns hier einen kleinen Pfad hin und werden dort oben eine Holzfällerfahne bauen. So, und wenn wir das haben, auch gleich Bäumchen bitte. Blub, da gibt es auch nochmal eine ganze Reihe von Kiefern. Da kann er dann auch noch mit dran arbeiten. So, das ist der nächste Schritt. Und dann sieht es für die Sache erstmal ganz gut aus. Essen sieht gut aus. Das sieht gut aus. Und jetzt gehen wir nochmal in die Prioritäten rein, bevor wir hier wirklich Action geben. Das heißt, dieses und dieses hat Priorität. Genau, danach kommt er hier. Der ist der Bereich. Dann machen wir den auf normal. Danach kommt das Teil. Und ich würde tatsächlich sogar noch sagen, wir setzen das Ganze hier mal auf die niedrigste Priorität. Zumindest für den Moment. Dann haben wir das auch einmal sicher. Okay, dann können wir den Bibern einmal Vollgas geben. Und ich möchte gerne einen weiteren Bau starten, damit unsere Biber auch mal ein bisschen glücklich sind. Es gibt ja bei den Wohlbefinden-Sachen hier vorne ein Lagerfeuer. Das würde ich gerne hier vorne noch mit hinbauen. Und wie gesagt, diese Ecke hier, die kommt langfristig ja so und so weg. Und da bin ich halt am überlegen, wo wir es am besten hinbauen. Unter anderem auch der Siedlung wegen. Und da würde ich tatsächlich gerne hier diese nehmen. Die Überhänge mit 6 mal 1. Und dann durchaus hier oder meinetwegen auch hier hinbauen. Und dann hier oben ein großes Haus drinne bauen. Alternativ an der Ecke hier vorne, dass wir wirklich die Biber über allem schweben lassen. Ich würde wirklich passend zur 3D-Physik in diesem Let's Play auch des Öfteren vermehrt auf die 3D-Systeme setzen. Wie zum Beispiel ihm hier, dass wir dann beispielsweise so einen dort oben draufsetzen, wenn er dann irgendwann mal das Richtige haben. Und dann hier wirklich auch... Ah, na, 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 na. Nee, Freundnase. Nee, 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 so nicht. Jetzt hat er da Rohholzchen gebracht. Nee, das kannst du gleich wieder mitnehmen. Mein Fehler. Mein Fehler hier. Das kannst du gleich wieder mitnehmen. Ja, dass wir dort wirklich hier auch einmal das überdachen. Und dann ist wirklich der Plan, dass wir vielleicht sogar ein zweites, einen zweiten Distriktplan, weil ich glaube von Nerdika aus ist das ein bisschen, ist das ein bisschen weit weg. Dann könnte man vielleicht hier oben hinsetzen mit Häusern an der Seite. Hier hinten wird dann die Holzproduktion stattfinden. Und bei der Nahrungsmittelproduktion würde ich tatsächlich dann hier unten in diesem Bereich weitergehen mit den Blaubieren und hier dann wirklich die Hauptnahrungsproduktion stattfinden lassen, dass wir dann hier auch langfristig so ein paar kleine Kanäle reinsprengen und hier wirklich die Nahrung produzieren und Nerdika langfristig unser Nahrungsbezirk wird. Okidoki. Dann lasst uns mal gucken, wie es hier weitergeht. Ich würde übrigens tatsächlich hier vorne auch diesen Bereich dann für Wasser nutzen und hier in diesem Bereich wirklich so viele Bäume anpflanzen wie möglich. Ich habe da auch schon eine relativ gute Idee, wie es in Zukunft aussehen soll. Also ich plane tatsächlich dann Nerdika hier zur Nahrungsmittelversorgungsstadt zu machen. Das heißt, der Bezirk wird sich dann bis hier ungefähr vielleicht auch hier hinten hin erstrecken. Das heißt, auch die Bäume werden langfristig wieder wegkommen. Der ganze Bereich wird für die Baumproduktion werden. Da drüber kommen dann im Prinzip die Plattformen, die dann die Industrie beherbergen werden mit Wind und Akkus und so weiter. Dann haben wir auch genug Höhe für die Akkus, denn da ist es ja wichtig, dass wir die Akkus beherbergen. Dann können wir hier zum Beispiel auch das Wasser nutzen und das vielleicht so in einem Bogen in unseren Tank leiten über Wasserräder und die dann nach oben bringen oder wir nutzen nur Windenergie. Wie gesagt, Projekt 42 ist erstmal nur eine Idee für die Karte, weil wir natürlich nur sehr begrenzte Ressourcen auf dieser Kartengröße haben. Hier vorne dann die Nahrungsmittelproduktion. Da müssen wir mal schauen, wie weit wir kommen, weil wir ja bei durchaus, ich denke so 100 Bibern ist so mein Ziel, sollten wir echt Schluss machen. So 80 bis 100 Biber und den Rest müssen wir schauen, dass wir das mit Robotern machen. Das hat die auch schon in die Kommentare geschrieben, weil ich auch in dieser Karte die Möglichkeiten für begrenzt halte, was die Anzahl an Biber angeht. Ansonsten könnten wir halt noch hier hinten was an Nahrung produzieren, aber im Prinzip ist es, was die reine Nahrungsproduktion angeht, für mich hier diese Ecke. Das ist so die Hauptecke, also die beiden, da können wir Nahrung produzieren. Hier oben werden dann Eichen und Kiefern gepflanzt. Kiefern vor allen Dingen natürlich auch für Baumharz und so weiter. Und dann ist die Karte eigentlich auch schon, was Nahrung angeht, so ziemlich voll. Wir könnten hier hinten noch erweitern in diesen Bereichen, aber das ist so erstmal die Idee. Und ich denke, dass wir damit so 50 bis 100 Biber können wir durchaus damit versorgen. Und dann gehen wir auch relativ schnell, ich zeige euch das mal, auf die Roboter. Wo ist es? Wo ist es? Da. Dass wir über Nahrung oder eben Baumharz uns dieses, was auch immer das ist, machen für die Raffinerie. Okay, dann die Roboter-Teilefabrik und dann darüber die Roboter-Produktion. Ja, das ist eigentlich eine ganz praktische Sache. Wobei ich mir jetzt nicht ganz sicher bin, ob die hier tatsächlich... Nein, Schneckenpferdchen ist gestorben, ob die hier tatsächlich eine Energie benötigen. So, er arbeitet. Ah, top. Guckt mal. Da oben wird auch abgeholzt von Davidek. Jetzt haben wir, glaube ich, einen Job. Ja, von ihm hin, ne? Ja, das ist okay. Das ist okay. So, wir können aber... Passt mal auf. Hier. Bup. Einmal pausieren. Und jetzt läuft er mit 100 PS. Ah, sehr gut. Wunderbar. Es läuft, Leute. Es läuft. Wunderbar. Das ist eine sehr gute Sache. Dann haben wir endlich ein bisschen Energieproduktion. Können uns langfristig einen Job ersparen. So. Ich bin kurz in der Pause. Ich habe nämlich noch was Wichtiges vergessen, obwohl wir können eigentlich... Nee, wir machen kurz in der Pause. Ich würde gerne noch Kiefern pflanzen. Zumindest insofern wir es möglich haben. Sofern wir Wasser haben in diesen Bereichen. Damit wir so viele Bäume bekommen, wie es hier nur geht. So, da sind wir durch. Und da sind wir auch fast durch. Oh, sehr gut. Wunderbar. Haben wir denn den Weg hier auch schon? Der ist auf Mittel priorisiert. Der würde dann als nächstes kommen. Dann können wir mal schauen, dass wir das jetzt mal umpriorisieren. Die beiden hier auf Top. Und danach das hier. Dann haben wir da nämlich auch wieder Möglichkeiten. Und wenn wir das alles fertig gebaut haben hier, dann denke ich, sollten wir uns auch schon ums Aquädukt kümmern. Und natürlich auch unsere Biber-Population vergrößern. Wobei der nächste Biber-Bild, also das nächste Haus, was ich außerhalb dieser 15 mache, möchte ich dann eigentlich wirklich schon an die finale Position setzen. Das heißt, da werde ich mir mal zur nächsten Folge Gedanken machen. So, jetzt machen wir erst mal unser Schneckenpferdchen. In Generation 3. Ähm, ich weiß, dass es da übrigens entsprechende Mods gibt. Allerdings können diese Mods die Nummerierung nicht machen. Und das ist in meinem Let's Play für mich persönlich eine ganz, ganz wichtige Sache, dass wir diese Nummerierung hier nutzen. So, jetzt müssen wir einmal gucken. Ah, seht ihr? Ich habe hier vorne Bäumchen vergessen. Da ist es schon dran. Da können wir auch weitergehen. Da oben können wir das mal beenden. Ich reiße die übrigens immer ab, weil es früher hier durchaus Probleme gegeben hat bei der Geschwindigkeit des Spiels. Ja, so. Bäume haben wir. Industrie läuft. Ja, ich würde sagen, momentan sieht es erstmal gut aus. Wasser haben wir auch genug. Wir sind bei einem Tag. Wir haben noch nicht ein Teil runtergenudelt. Oder? Ja, das ist schwer zu sehen. Ich glaube, so knapp eins müsste runter sein. Also das ist okay. Ansonsten habt ihr auch nochmal was zur neuen 3D-Wasserphysik gesagt. Gut, das mit der Überschwemmung ist natürlich kein altes Thema. Ich hatte gehofft, dass drei reichen. Aber wir werden in der nächsten Dürre, wenn der hier fertig ist und die nächste Dürre noch nicht ansteht, die notwendigen Ressourcen sammeln und die hier abreißen und dann hier noch eine weitere Doppelschleuse bauen. Und langfristig wird das Ding ja hier auch erhöht, beziehungsweise hier hinten soll ja auch was mit rein. Aber das hatte ich euch ja alles erzählt. So, oh Leute, es ist fertig. Mega. Das heißt, wir haben jetzt hier endlich die Möglichkeit, auch hier vernünftig Wasser in einer Dürre zu speichern oder das Ding einfach aufzumachen. Zack. Dass das Wasser da durchkommt. Wir machen es erstmal auf. Und dann gucken wir mal. Wir können auch mal auf 0,5 gehen von da. So, Dürre ist vorüber. Sehr schön. Dann würde ich mal sagen, wir checken mal, wie hoch das Wasser hier ist. 1,3. 1,2 haben wir geschafft. Okay. Wir machen mal auf 1,2. Da gehen wir mal auf 1,6. Und da machen wir sogar 1,8. Okay. Gucken wir mal, ob das so geht. Da bin ich mal sehr, sehr, sehr gespannt. Okay. So, da fließt lang. Ja, das ist natürlich jetzt... Oh, Leute. Oh je, oh je, oh je. Oh, jetzt wird es kritisch. Hau ab, hau ab, hau ab. Das ist jetzt doof. Warte. Jetzt müssen wir... Okay. Ja. Dann machen wir das jetzt, ey. Wenn unsere Biber mit dem Wasser in Verbindung kommen... Was? Wir müssen das, wir müssen das pausieren. Geht nicht anders. So, einmal pausieren, bitte. Müssen sie erstmal woanders anfangen zu bauen. Aber solange hier... So, jetzt... Jetzt geht es wieder. Okay. So, weiter. Ich hoffe, ihr habt das Problem verstanden gerade. Das Problem war, dass das Faulwasser hier ankam. Und das geht natürlich nicht, ne? Also da... Das, das, das geht nicht. Dann werden unsere Biber noch krank. Und das werden wir nicht riskieren. Okay. Wie sieht es mit dem Essen aus? Essen ist alles voll. Gott, wir haben sogar Holz hier auf Lager. Jetzt müssen wir erstmal gucken... Dass wir... Chris-Tastic... Hier auch noch mit reinbringen. Zackebum. Der kleine Chris-Tastic möchte bitte aus dem Lagerfeuer-Paradies abgeholt werden. Da ist er. Er läuft ja nicht so schnell. Ach, süß. Süß, süß, süß. Oh nein, ich bin auch gestorben. Aber auch ich komme wieder mit bei... Der Nerd... In Generation 3. Sehr schön. So, eure Namen für die anderen Biber habe ich natürlich noch alle aufgeschrieben. Hm, keine Frage. So, jetzt gibt es hier keine Energie. Müssen wir tatsächlich einmal kurz da aktivieren. Hier würde ich mir übrigens wünschen... Da werde ich nochmal gucken, ob das funktioniert. Dass wir ihn hier mit ihm hier verknüpfen können. Über zum Beispiel Energie-Conditions. Da bin ich mir noch nicht ganz sicher. Das ist so eine Sache. Da würde ich mir tatsächlich in den nächsten Updates mehr Freiheiten wünschen. Liebe Entwickler, falls ihr zuseht, dass wir die Möglichkeit haben zu sagen, depausiere ihn, wenn er hier pausiert, wenn er keine Wind hat und all so eine Sachen. Das fände ich ziemlich cool. So, ansonsten, wie sieht es aus bei unseren Bibern? Nasses Fell haben fast alle Obdach. Ja, sieht gut aus. Lagerfeuer. Gibt auch nochmal Plus Eins. Ähm, wir sollten mal schauen, dass wir zumindest das nasse Fell einmal regeln. Das müssten wir theoretisch... Oh nein, Red ist gestorben! Das passiert. Das müssten wir theoretisch... ...hinkriegen. So, jetzt haben wir natürlich einen... ...nen Arbeitsplatzproblem, dass es gar keine Arbeiter mehr gibt. Pass mal, jetzt müssen wir mal ein bisschen überlegen. Wir werden dich... Du hast noch zu tun, ne? Pass mal, wir werden dich mal pausieren. Wir werden dich mal pausieren. Wenn hier keiner abholzt, brauchen wir da auch niemanden, der arbeitet. Forschung ist erstmal pausiert, das ist nicht so schlimm. So, dich können wir auch wieder pausieren. Wir haben jetzt wieder Wind. Okay, also jetzt checken wir mal die Situation hier. Da sieht es mit dem Wasser gut aus. Dann machen wir mal auf 1,4. Zack. Da sind wir im Bau, wunderbar. So. 1,4 ist auch noch okay. Schaffen wir 1,5 ohne Überschwemmung. Das wäre super. Ich meine, wenn wir einen konstanten Fluss haben. Es fließt ja nur drei rein. So, da fließt auch was raus. Wir könnten gucken, dass wir hier auch auf 1,7 gehen. Dann müssen wir das an den Säulen natürlich stückchenweise erhöhen. Hier sieht es gut aus. Ja, sehr schön. Wir könnten hier sogar auch jetzt auf 1,6 gehen, denke ich. Gucken wir mal, ob das klappt. Okay, wunderbar. Das sieht doch alles in allem sehr gut aus. Und hier würde ich jetzt sogar mal auf 3 gehen, dass wir hier ein bisschen schneller kommen beim Bauen. Und das müsste doch eigentlich... Pass auf, ihr müsst auch niedrig sein. Dass wir hier vernünftig bauen können. Okay. Gut, gut, gut. Wir haben zwei Jobs frei. Das sind die Forscher. Das ist kein Problem. Und ihr Lieben, wir lassen jetzt mal bis 18 Uhr arbeiten. Ich möchte nämlich mal zusehen, dass das hier fertig wird. So, haben wir da oben noch Bäume. Ja. Dann machen wir bitte mal dich noch mit an. Dass die Holzreserven... Eine Dürre. Okay, das kriegen wir hin. So, das bin ich. Davidek starb an Altersschwäche. Jetzt haben wir noch zwei. Hoffentlich werden auch zwei Biber noch geboren. Wir müssten... Ja, wir haben noch drei Bettchen frei, ne? Ja, meine lieben Bibers, dann mach doch mal Biber-Babys. Das wäre cool. So. Dann hoffen wir mal, dass das hier schnell fertig wird. Und ich würde sagen, in der Zeit überlegen wir uns tatsächlich schon mal... Jetzt ist da wieder... Haben wir denn noch Holz? Nee, ne? Zack. Warte, kann ich auch pausieren? Nee, lassen wir mal. Machen wir da mal wieder an. Jetzt haben wir fünf Jobs hier frei. Alter, Alter. Tja. Es ist, wie es ist, ne? Wo sind die ganzen Jobs denn? Da sind welche. Da. Jetzt können wir zumindest Kevin den dritten mit hinzufügen. Ich bin ernsthaft überlegen, ob wir zumindest noch ein weiteres Haus bauen. Komm, wir bauen noch ein Haus hier vorne hin. Ich denke, ein Haus schadet nicht. Aber da müssen wir wirklich zusehen, dass wir uns am Riemen reißen. So. Ein weiteres Haus, bitte. So, dann haben wir den guten Kevin. Dann brauchen wir Davidek. Und dann haben wir sie wieder alle. Gut. So. Unsere Biber sind am Arbeiten. Das sieht alles in einem sehr gut aus. Ich bin mir nicht sicher, ob wir das schaffen vor der nächsten Dürre. Aber das ist auch nicht so schlimm. Wir können trotz alledem hier schon mal die Bäumchen weiterpflanzen. Ich denke, das sollte schon mal möglich sein. Das wäre hier vorne bis da, denke ich mal, noch ein paar Kiefern pflanzen. Warte, nochmal einen Weg lang. So. Einmal bis da würde ich Kiefern pflanzen. Und jetzt müssen wir überlegen, Kastanie. 24 Tage auf 4. Ahorn 28 auf 6. 30 auf 8. Das ist eigentlich am effektivsten. Dann würde ich sagen, pflanzen wir mal... ein paar Eichen. So. Kommt der denn überall ran? Ja, das passt. Wunderbar. Gut. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Das sieht doch ganz gut aus. Ja, schade, dass der hier nicht fertig wird. Aber ich glaube... Ich glaube, das schaffen wir nicht, oder? Wenn wir durcharbeiten? Ne. Ne, das schaffen wir nicht. Na gut. Ist aber nicht schlimm. Jetzt machen wir uns erstmal hier oben den Tank voll. Da würde ich sagen, gehen wir auf 0,8. Und da auf 0,9. Müssen halt gucken, dass es nicht rüber süfft. Das haben wir noch 0,4 Tage. Jetzt gehen wir da mal auf 0,75. So. Ja, normalerweise sollte immer noch, wenn wir nicht von den Wellenfronten erwischt werden, am Zufluss gleich Abfluss sein. So, 0,1 Tag. Wie sieht es hier aus? Ich würde fast sagen, 0,1 Tag. Wir machen den jetzt hier dicht. Und wir machen den jetzt dicht. Ja. Okay, der ist voll. Einmal zumachen. Jetzt lassen wir den hier volllaufen. Und die Dürre hat begonnen. Okay, wie viel sind wir? 11 Tage? Ja. Gut. Also, zumindest ist der hier dann fertig. Ich denke, das können wir schon mal getrost sagen. Ah, ist ärgerlich, dass wir das nicht geschafft haben hier. Aber okay. Das machen wir dann in der nächsten Dürre. Ich denke, wir haben Gott sei Dank für den Moment genug Wasser. Die Frage ist, kommt er da oben ran, wenn wir hier eine Treppe hochbauen? Hier lang. Da hoch. Ob der dann da oben mit rankommt? Ich meine, er kommt ja auch hier hinten hin. Gut. Das war zu erwarten. Hier können wir noch nachfüllen. Also, ich mache mir bei den 11 Tagen jetzt überhaupt keine Sorgen. Den haben wir... Ah, wir haben den Förster pausiert. Ja. Merde. Dann, mein lieber Happy. So, jetzt lasst uns mal schauen, wie wir das am besten mit den Prioritäten machen. Das Haus werden wir jetzt mal auf Maximum setzen. Das Bauernhaus, denke ich, da reichen zwei. Dann haben wir einen Bezirkszentrum. Die Erfinder sind down. Wir haben einen Förster. Das passt. Ich würde tatsächlich dich nochmal pausieren. Beziehungsweise, nee. Wir pausieren lieber mal die anderen. Und lassen den, der am weitesten weg ist, nochmal ein bisschen arbeiten. Wir haben momentan 44 Holz. Das sieht erstmal gut aus. Das passt auch. Oh Gott. Moradion ist auch gestorben. Mein Lieber, das tut mir ganz schrecklich leid. Aber so spielt das Biberleben hier bei uns leider. So. Tja, brauchen wir die Sammlerfahne aktuell? Ich würde sagen, nein. Der sitzt, guck mal, der sitzt den ganzen Tag rum, ne? Wir haben die Lager voll. Wir werden dich auch mal pausieren. Und dann können wir besser erstmal ihn bei den Kiefern arbeiten lassen. Ja. Dann pausieren wir. Die Holzfahnerfahne haben wir pausiert. Wenn wir noch einen übrig haben, dann würde ich lieber ihn aktivieren hier. Okay. Gut. So, pass auf. Dich können wir auch pausieren. Da muss ich echt ein bisschen drauf achten. Wir könnten überlegen, ob wir eventuell die Akkus schon freischalten. Da habe ich uns übrigens auch einen Mods installiert. Die Schwungräder. Ja. Das wäre eine Möglichkeit. Ihr seht, ein kleines Schwungrad. Finde ich extrem coole, eine extrem coole Sache. Diese, diese Dinger. Die Schwungrad-Mods sind, ich muss sagen, die sind mit, mit einer von meinen Lieblings-Mods. Die, die Teile. Weil die zumal auch nicht so viel kosten. Die können ein bisschen Energie speichern. Und wir haben ja hier Energie. Den können wir hier zwischen, hier zwischen pflanzen. Und das kostet zehn Holz und acht Zahnräder. Das heißt, wir sollten uns ernsthaft überlegen, ob wir mit der Forschung, die wir haben, einmal die Zahnräder freischalten und uns hier ein, ein kleines Industriegebiet aufbauen. Hier zwischen den Schwungradspeicher, dann bei Zeiten und hier dann einmal die Zahnräder und dann wirklich nur die Produktion, die wir brauchen. Das Windrad sollte alles versorgen können. Ihn ab und an noch mit ran, um den Speicher, um einmal den Speicher zu füllen. Wir brauchen ja auch die Zahnräder. Wir machen die Zahnräder dann auch nur an, wenn es so wird ist. Und ich würde sagen, wir machen das. Ja, wir machen das. Wir setzen einmal die Zahnräder dahin. Wir müssen einfach zusehen, dass wir hier in die Produktion kommen. Dass ein weiterer Haus, die drei Leute, die werden dann nämlich hier die Produktion versorgen. Das heißt, wir müssen auch eine weitere Plankenproduktion planen. und ein weiteres Windrad. Nee, machen wir nicht. Nein, machen wir nicht. Das wird alles zu teuer. Das machen wir nicht. Da hinten kommt der Schwungradspeicher ran. Er dient als Versorgungssystem. Jetzt müssen wir ganz kurz in die Pause gehen. Nicht, dass er das Falsche jetzt baut. So, das haben wir. Also, ganz kurz. Hier hinten sind wir fertig. Sehr gut. Wunderbar. Die sind fertig. Hier baut er auch schon. Dann können wir tatsächlich bei dem Aquädukt jetzt die Prioritäten. Da wir jetzt in der Dürre sind. Wir haben noch sieben Tage Zeit. Nee, wir müssen das. Wir müssen erst das bauen. Ja, dann werden wir aber schon mal die Prioritäten diesbezüglich ändern. Dass wir einmal hier hingehen. So. Und diese ganzen Teile jetzt auf normal setzen. Das wird die nächste große Konstruktion werden. Für unsere Biber. Gut. Das haben wir. Holz sieht auch erstmal gut aus. Wie sieht es da oben aus? Du hast aber noch zu tun, ne? Ja, genau. Du hast noch zu tun. Gut. Dann lass uns mal kurz gucken, wer gestorben ist. Das ist einmal, glaube ich, Moradion in Generation 3. Und einmal Lumentopf in Generation 2. In Generation 2. So. Haben wir die auch wieder alle mit dabei. Sehr schön. Also, er wird gebaut. Das sieht gut aus. Und dann werden wir erstmal gucken, dass wir uns das kleine Schwungrad freischalten und das hier bauen. Und das wirklich hier hinten ranflanschen. Blub. Dahin. Ach, jetzt habe ich es aus Versehen tatsächlich. Ah ja, gut. Jetzt ist es. Jetzt ist es so, wie es ist. Ja. Jetzt können wir sich ändern. Jetzt habe ich es aus Versehen gekauft. Jetzt werden wir es auch bauen. Und das Ding kann immerhin 1500 PS speichern. 10 PS ist natürlich nicht viel. Aber das reicht schon mal. Das reicht zumindest schon mal grundlegend. Wir könnten da vorne, je nachdem, wie viel wir haben, auch nochmal was einbringen. Dann hätten wir zumindest, wir könnten noch ein zweites bauen. Hier vorne zum Beispiel. Dann hätten wir zumindest 20 PS. Dann würden wir in den Fällen wenigstens ihn hier ein ganz bisschen versorgen. Sollen wir den mal an? Zack. Dass das hier nicht aufhört. Jetzt könnten wir bei der Holzversorgung ein bisschen optimieren. Zack. Du gehst auch mal an. Dann gibt es dort auch ein bisschen mehr Holz. Gut. Ihr Lieben. Schaut euch das an. Es sieht gut aus. Wir sind dabei, unser Aquaduct zu bauen. Das heißt, wir müssen hier ein paar Wege basteln. Zack. Sollen wir auch überall rankommen. Tja, hier vorne müssen wir wahrscheinlich sogar eine Treppe bauen, wa? Ich habe so das Gefühl. Ja. Ich glaube, wir müssen da tatsächlich eine Treppe bauen. Okay. Sehr gut. Leute, unser Aquaduct ist im Bau. Und wenn wir das haben, dann können wir eventuell, ich weiß noch nicht, ob wir das so lassen. Ich würde es erst mal tatsächlich so lassen, damit wir hier hinten genug Wasser speichern können. Das sind ja 22 Tage. Und wenn wir den jetzt hier noch abreißen, da denke ich mal, das können wir jetzt auch durchaus machen, dann können wir hier Wasser reinfüllen. Und ich denke, das sollte 30 Tage lang halten hier vorne, dieser kleine Wasserspeicher. Also auf jeden Fall diese Ecke hier begrünen. Da freue ich mich schon drauf, wie das aussieht. Gut. So, wie sieht es hier aus? Windrad läuft. Dann können wir dich wieder deaktivieren. Du kannst besser, sinnvoller jetzt im Forscher arbeiten. Und wir machen mal... Obwohl, wir haben ja noch 6 Jungtiere. Wir sind bei knapp 20 Bibern jetzt. Das ist schon eine ganze Menge, ne? Wir sollten echt gucken, dass wir irgendwann mal in Richtung Haus kommen. Und vor allen Dingen, dass wir die freischauen, die kosten 90. Das ist echt teuer. Die kosten nur 10, aber auch Planken. Also wir werden wahrscheinlich nicht umhin kommen, ein temporäres Industriegebiet zu bauen, damit wir uns hier vorne mehr Metall produzieren. Und dann würde ich nämlich fast sagen, könnten wir eine Batterie mit einem Mini-Überhang hier runter machen. In die Richtung. Und uns dort hier ein paar große Windräder aufbauen. Und hier ein großes... Ich würde das hier oben hinsetzen. Ein temporäres... Ein temporäres System aufbauen, dass wir die Konstruktion erstmal so lassen, aber dann in den nächsten Folgen langfristig hier oben hinsetzen. Und ich glaube tatsächlich, dass wir das auch so machen werden. Ja. Sieht es ansonsten aus? Ist alles fertig, ne? Du hast nichts mehr zu tun. Perfekt. Dann können wir dich pausieren. Pass mal auf. Wir werden dann mit den Planungen schon mal anfangen. Ich finde die Idee tatsächlich gar nicht so schlecht. Wir brauchen für die Metallproduktion brauchen wir 200 PS. Das heißt, selbst wenn wir das hier unten so lassen, dann sollten wir noch einmal Planken machen und Metall sind 250 PS. Wären ein großes Windrad, das ist uns zu teuer, zwei kleine Windräder. Ja. Die könnten wir zum Beispiel hier hinsetzen. Alternativ auch hier. Wir gehen mal ganz kurz in die Pause. Wir versuchen das mal zu planen. Einmal, da geht es wahrscheinlich nicht, ne? Dort und ne, aber da geht es. Genau. So. Wir werden die mal pausieren. dann gibt es bei mir immer die Teile hier. Zack. So. Das bitte auch noch alles pausieren. Dann werden wir hier hinten eine Plankenproduktion setzen. Ah, da gibt es noch ein paar Bäumchen, ne? Pass auf, die können wir ja haben wir noch einen Holzfäller. Dann nehmen wir die einmal fix weg. Na? Der war das, ne? So. Da sind wir auch dabei. Okay. Dann werden wir einmal dich kurz pausieren, dass die neuen Bäumchen nachwachsen können. Gehen einmal zu dir, bitte. So. Dann setzen wir bitte einmal ein Sägewerk. Ja, genau. Ich würde sagen, wir machen das tatsächlich so. Wir setzen den einmal schon mal auf Go. Dann müssten sie, wir müssten die Ecke dann etwas höher priorisieren. dass die zuerst den Teil hier bauen. So. Das können wir ja am Ende am Ende pausieren. Da geht es ja nur darum, dass er die Energie weiterleitet. Der kostet 300, der kostet 250. Wir können den natürlich erst bauen, wenn wir das hier haben. Das heißt, wir müssen jetzt zusehen, dass wir beide Forscher in Arbeit, das sind aber vier Leute ohne Arbeit. Okay. Okay. Was machen wir mit den ganzen Leuten? Könnten hier Joa, wir können hier eine Pumpe anmachen. Wir können da noch einen anmachen. Das läuft auch. Forschung läuft auch. Okay. Also ich würde sagen, das ist eine Konstruktion, damit kann ich leben. Und dann könnten wir beispielsweise hier zwischen Die sind zu teuer, aber die können Der hat 7 PS Verlust. Ah, das ist die Verlustleistung. Ah, okay. Das hat bitte oberste Priorität, die beiden Teile. Ganz klar. Die Frage ist halt, wie viel Leistung gibt das ab, ne? Aber ich finde die Dinger schon wichtig. Dann werden wir dich nochmal pausieren und erstmal unten das Windrad, den Schwungradspeicher fertig bauen, damit genau so was hier nicht mehr passiert. So, dann haben wir noch zwei Biber übrig und wie es da weitergeht, das seht ihr, ihr Lieben, in der nächsten Folge. Ich muss sagen, diese Schwungradspeicher, wie gesagt, ich packe euch die Namen der Mods, die ich nutze, alle in die Videobeschreibung, die sind mega cool, muss ich sagen. Und ich finde die auch für uns einfach enorm wichtig. Ihr seht, die kann man in verschiedensten Sachen bauen. Das ist übrigens die Verlustleistung natürlich. Die Frage ist halt, wie viel Energie die abgeben können und ich würde fast sagen, so viel wie benötigt wird. Aber das werden wir sehen. Hier vorne kommt dann im Prinzip noch eine Schmelzerei mit dran und mit der Schmelzerei sollten wir dann in der Lage sein, das Metall zu produzieren und dann haben wir unsere erste kleine Mini-Versorgung und wir hoffen mal, dass das ausreicht, um unsere Pläne hier vorne zu verwirklichen. Und bezüglich des Wohnraums, ich weiß nicht, ich würde wahrscheinlich wirklich hier oben drauf gehen. Hier in diesem Bereich, da finde ich das noch am schönsten. Hier. Ja, ich zeige es euch mal, dass wir langfristig tatsächlich mit den Dingern hier oben, also ich würde eigentlich gerne hier, so, und dann mit, ich kann die natürlich jetzt nicht bauen, die kosten halt 3K, dass wir dann hier einmal eine, eine Siedlung bauen in dem Bereich und dann das gleiche von hier machen und in diese Richtung gehen und dort eine Siedlung bauen, dann kommt hier vorne ein Treppenhaus hin und hier kommt ein großes Haus hin, was sich nach oben erschließt und dann haben wir den großen, großen Vorteil, dass wir ein Haus haben und unten drunter können wir trotzdem noch weiter unsere Sachen bauen und dann werden wir dieses Haus hier wegreißen und so werden wir das jetzt sukzessive umbauen, das Ganze. Das kostet natürlich ein paar Ressourcen und ein bisschen Forschung, aber ich denke, wir sollten es in diesem Let's Play einfach mal gleich richtig machen. In dem Sinne, macht's gut, bis zum nächsten Mal, euer Strategie Nerd. Ciao, ciao! Ciao!